wie du einfach eine mango riechst was du riechst voller und das findest du schlimm merkst du das? ja du musst laufen ich bin von dir in die lebende Heizung oh der ist oben was? hinter mir zeug nein zeug fick dickpicks und das glaub ich dir nicht Mama knall den doch jetzt ab, das ist doch die perfekte Überschiebung erstmal mit der Muni, mit kaum Muni du kannst doch nicht drunter springen doch, hast du eigentlich schon mal geschafft ich kann das nicht mit ansehen 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 nicht hängen bleiben du warst doch mal falsch ah da kann der jetzt die Leiter nutzen? ich spring dir einfach runter man ich weiß nicht mal warum er die Türen benutzt lauf die scheiß Treppe runter Junge was machst du? was machst du? was ist nicht schafft ich werde von da anfangen so lauf wieso? Musik hat aufgehört ja er hat kurz die Darts übersteht er ist auf der Treppe hinten gewesen ich seh nix nimm ich diese Viecher noch? da war irgendwas links ne? ja da ist ein Raum hallo Bitch Juhu alter Dreck nein das besser scheiß egal falsche Richtung warte warte weißt du wieder zurück? ja heiß gezogen jetzt kannst du dir auch das Messer wiederholen in geier Messer 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 auf runter runter was machst du da? ja da ist noch mal ein Saferum oh eh oh oh eh oh hey guck mal da liegt der Hut von dem Riesen auf dem Tisch auf dem Tisch ja sehr verdächtig vielleicht ist das ein Teil da rum von dem wir haben noch eine ganz oben ne? ja wie soll ich da hinkommen? ich weiß nicht mehr wo du genaust ähm auf dem also ganz oben in dem Gang wo also in der Sackgasse gehen wir an die Karte ganz hoch ganz hoch ja 4F ist ja gut so achso äh da unten links da warte in dem Gang no okay cosas ja ach mir wo da 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 o da du du Ach du bist wieder da unten. Bei den Hunden. Alles gut zu dir? Ja. Fangen gesünder von mal her. Du kannst noch salben, ne? Boots, Boss! Und hier hast du vorhin einen salben geschossen. Musst du irgendwann umstellen dafür? Ne. Was? Du darfst einfach ganz schnell schießen. Einfach zu überdrücken, glaube ich. Ich glaube, das kann von Safe-Room zu Safe-Room, ne? Wir brauchen einen neuen Speicherstand. Muss immer noch das Teil unten einsetzen. Und die Money dringend sparen jetzt. Die brauchst du wahrscheinlich. Für den Mr. Recruit-Figuren. Klar. Nein! Was? Die ganzen Zellen! Ja, deswegen sag ich doch, die Money brauchst du. Jetzt, mit den Hunden kann ich nicht reden. Wie kann ich eigentlich so leicht ausweichen? Du kannst nicht die Typen gleich noch reden. Ja. Ey! Ey! Komm mal runter! Greif dich mal morgen oder so an. Sieh. Mit der Geste. Ich muss mir leider hier hochhalten. Ich bin dafür. Weiß! Kann der Große mich eigentlich eigentlich enttülen oder so? Nein! Nein! Minispiel! Wie musst du das jetzt verbinden alles? Das muss da hinten hin, oder? Da oben rechts, ne? Was mit unten? Keine Ahnung. Ach, das müssen zwei weg... Ah! 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 Ne! Das ist so ein... Was? Ja! Jetzt oben noch das Ding ändern. Nee! Den links daneben hoch machen? Warte! Nein! Eins hoch! Nee! Passt! Ja! Jetzt drehen! Drehen! Und den ganz oben drüber auch nach rechts drehen. Jetzt hast du da schon mal das. Und wir müssen das andere Ding verbinden. Was? Hä? Die... Wer ist denn das? Denkst du, die... In dieser Station wer wird das von Monster? Ach ne! Hier ihre Schreierade, was sind nicht die Zombies von denen? Von denen ich Angst habe? Grundname Tyrard. Die ultimative Biowaffe. Von den Müstkernen in absoluter Geheimarbeit geschaffen, wenn ich mir vorstehe, dass die hier rum wandert. Wir haben ihn wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszurichten. Und die? Oh, ein Bruder wahrscheinlich. Kann das sein, dass wir wissen, wer der Tyrant ist? Ja. So, ne perfekte Scheiße. Ich guck, der wartet auch. Ja, aber das, das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich, ich finde, das ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert auch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? ...und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Okay, damit kommen wir jetzt raus zum Auto. Die Zellen dürfen noch alle zu sein. Nein. Nein. Was? Waren die nicht vorne alle rot? Ich weiß es nicht. Die waren alle rot. Sehr vorsichtig. Also, ich würde das dafür nicht... Was? Lock den da rein in den Raum. Hast du nicht gemacht? Nein, hast du nicht. Was machst du? Nur da reinlocken. Geil, ja. Geil, ja. Wie soll das mal eben jetzt benutzen? Wie soll das mal eben jetzt benutzen, sofort? Geh nur noch Pause drücken, dann ist das ganze Spiel passiert. Ja, dann fliegt ihr sofort hin und dann... Ja, toll. Du sollst ihn nur in den Raum reinlocken und dann einmal um den Kreis laufen. Ja, ja. Und nicht zu weit in die Ecke. Ich dachte vielleicht, dass da die anderen angreift oder so. Also, mein Glaube, dass er die alle fertig macht. Gott sei Dank, hast du aufs gespeichert, ey. Aber jetzt ja nicht auch auf Vorsitzende. Ich weiß gar nicht, wie das mit Vorsitzenden geht, wenn du das tut. Ähm, egal. Hier, wir warten, ja. Also, Umu, du bist jetzt nicht der Einzige, der gestorben ist. Ach man. Das erste Mal. Was sind die hier? Speedrun! Nein, ich muss gleich wieder zu machen. Direkt zu. Okay, dann muss er mit der Kino auf. So, jetzt lockt ihr am besten hier in irgendeine Ecke. Ach, komm schon! Auf! Wuhu! Scheiß auf die Reine, du kannst sie jetzt erstmal vergessen. Scheiße. Ja, toll. Ich dachte, du musst hier da irgendwie durch. Was? Ich würde gerade sagen. Wo renne ich jetzt hier zu dem... Ach, komm mal! Freunde? Freunde? Wir wissen alle, dass der Typ noch lebt. Ja, Mann. Ich soll erst mal vorher in den Kopf schlagen. Alter. Wird langsam öde. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel! Das glaub ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ah! Ich schätze, du hast die Karte? Ja. Und das. Ich hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Möglich. Wenn ich's gehört hab. Ja. Und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was da drauf ist. Möglich. Wenn ich's gehört hab. Dann ist nichts wie raus. Das ist keine Minute lang. Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen. Warum muss die sich das jetzt... Warum muss die sich das anhören, damit die ihm dasselbe nochmal erzählen kann? Hallo? Der ist ja nicht mehr ein Mann, der ist weg. Nein, der lebt noch. Ja, deswegen. Irgendwann kommt der Brenn. Der wird ja endlich das verdammte Tor. Ja, Mann! Mach das doch, Mann! Ich will auch wissen, was danach passiert. Falsche Karte abgelaufen oder so ein Scheiß? Endloser Regen. Und jetzt klemmts? Du bist nicht so gelenkig. Ach, sie hört sich das gerade an. Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Ich hab Lieutenant Brenner gesagt, ich hole Hilfe. Dann viel Glück damit. Was ist das eigentlich mit der anderen? Ja, die... Kommt wieder. Komm, das ist gleich mal weg, kommt direkt der nächste, ne? Die ADA. Guck mal nach rechts, Chris. So. Da steht keiner am Fenster, ne? Ne, alles gut. pressures aus. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Sehr schön. Gute Idee. es sei nicht so ein bisschen ist bewaffnet er kann sich das auch bei bringen habe ich noch ein paar türen hinten für mich nicht durch warum wohl apokalyptische zustände zombies warum sollte der waffenladen noch sauber sein er hat die musik zusammen basteln alle kürze beschimpfte der pistole kombinieren sowie alles in diesem spiel ja das heißt aber dass du gleich ein boss weitersen ich hatte gerade ein boss-fight nein das war ein voller boss-fight wahrscheinlich wird christian nicht mehr haben ich frage mich eigentlich ob du jetzt immer noch zurück kannst in die zellen nicht bewegen ich werde nichts tun ich sagte nicht bewegen ich möchte nur hier durch ich bitte sie jetzt die waffe zu sehen die hölle tue ich sie sich jetzt um und gehen so wieder aus wie sie gekommen sind ich glaube ihre tochter braucht hilfe sagen sie mir nichts über meine tochter weg damit nein warte zur seite wir müssen sie eliminieren bevor sie mutiert eliminieren das ist meine verfluchte ich glaube die tochter bekommt jetzt ein bisschen hunger oder verfluchten dinger da draußen sie müssen doch was wissen wie ist das passiert sie war unser kleiner engel und ich bringe dich jetzt auch ins bett hin okay gehen sie lassen sie uns allein bitte weißt du ist okay wenn du mir die wahrheit verschweigst aber wieso ihm ich will rausfinden was hier passiert und die verantwortlichen auch nicht was da gerade passiert ist solchen menschen zu helfen dafür bin ich polizist was auch nötig ist die stadt zu retten ich bin dabei los rein da es kommt man langweilig schulisch ich bin weil ich könnte den licht machen in seiner waffe die an und beim das war drüber mal jetzt vor allem so speichern wir haben alles ja wir haben nicht diese Leute die alles klauen Klauen uns unsere Waffen und unsere Züge. Nein. Ich brauche mehr. Okay. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Wir haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Die sind so zerstörbar, also ich krieg die schon tot. Ich weiß es zumindest. Aber den doch nicht. Wer ist es, Jeff? Tyrant, Tyrant, Tyrant. Und deshalb suche ich nach Umbrella. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Oh, Drohre. Ist das so ruhig hier in der Stadt? Das sind alle totwerden. Nein, die gehen doch alle noch mal. Sprecheln. Stimmt, ach du Scheiße. Hier kommen wir zu Annette. Nach dem was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Na, dir? Oh. Danke. Okay. Klären wir meine Frage. Klären wir gleich. Okay. Ich hab grad nicht zugehört. Schwer vorstellbar eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheime Anlage. Ich will die einfach gar nicht mehr hören. Die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Amerika. Fuck yeah. Fuck yeah. Scheiße. Hallo? Kannst mal ein bisschen schneller laufen? Ich nöre die einfach auf. Aber sie ist stärker als wir. Lass die VG. Ja, weil sie immer weit hinter uns ist. Und immer wartet, bis wir irgendjemand in der Schussposition haben. Ey, die Schauspieler hat jetzt auch mehr Munitionskapazität, ne? Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Nein. Setzt sie mal noch am Leben? Ja, wollt ihr nicht wechseln? Nein. Es muss doch irgendwo einen fucking Speicherpunkt geben. Wenn du jetzt drauf gehst, musst du alles wieder bevordern. Alter. Mann. 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 Nee, kommen wir gar nicht mehr. Nein, das ist doch scheißegal. In den Zellen. Wir haben noch so viel Scheiße dazu durchsuchen. Nee, ich glaub da ist gar nichts drin, was noch zu tun ist. Das sagst du. Ui, 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 ui. Na ja. Was war das jetzt für ein riesen Vieh? Was war das? Das war ein Krokodil aus Australien. Also die australischen Krokodil sind größer. Alter, das Ding war ein paar Meter groß. Und ich will da nicht als nächstes rein. Nein. Wir sehen uns in einer nächsten Folge, wo Mario mit dem Krokodil planschen geht. Ciao. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020